Hallo und Willkommen zurück bei XCOM Enemy Unchained, Unknown meine ich. Gut, gut, gut. Los, los, los. Ja, ja. Feind gesichtet. Wir spielen dieses Part nochmal, den... Ja, im letzten Part war es ja so, dass wir leider unser Hauptcharakter gestorben ist. So. Aus diesem Grund müssen wir alles nochmal von vorne machen. Und somit... Äh, okay, dann halt hierhin. Und mit ihm können wir... Weiter alles hier geht's nicht, aber wir können mit ihm direkt hierhin gehen. Mal sehen, was sie machen. Der Neuling stellt sich den jüngsten Bemühungen der Äthera. Der erste Misserfolg. Auch wenn sie nicht ohne diesen Scharfsinn sind, sind sie gekennzeichnet von ihrer Feigheit und Schwäche, wodurch sie unbarmherzig wurden und letztendlich nutzlos. Nein, nein. Aber verdammt. Äh, gut. Dann probieren wir zuerst mit ihr. So. Den da. Bamm. So sterben zwei auf einmal. Ja, das ist der kleine Nachteil, wenn man die Gehirne zusammenlegt. Und da hier rüber. Und ciao, ciao. Ciao. Gut, sie geht hier rüber. Da rüber. Da rüber. Okay, gut. Moment. Ah, gut. Da rüber. Okay, gut. Ah, gut. Und hier hin. Gut. Und macht Feldposten. Hier dürfen keine unnötige Risiken eingehen. Ein weiterer, diesmal einfallsreicher Vorstoß. Zwei Objekte, jedes davon mit einer offenkundigen Schwäche, vereinen sich in der Hoffnung auf symbiotische Stärke. Und dennoch, wie sich diese neu erdeckte Kraft ohne jegliche weiterreichende Überlegung, ohne Verständnis, ein weiterer, sinnloser Versöhn. Mhm, mhm. Okay, und Feuer frei. Gut. Jetzt kommt die andere. Genau die. Zzz, bam. Weg. Äh, killen wir zuerst den Clender. Zzz, bam. Dann den anderen. In der Hölle. Bam. Okay, das war auch in der Zone. Dann nach vorne. Hopp, 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 hopp. Mhm. X-Ray ist gesichtet. Oh. Oh. So, wenn hast du flankiert, den da. Und weg. Badadadada. Ich hab ihn weggefegt. Ich hab ihn weggefegt. Gut, ich kann sie ihn sehen. Ja. Und weg. Bam. Schön. Wir wollen ihnen keine Möglichkeit geben, zurückzuschießen. Deshalb gehen alle zuerst einmal nach vorne, aber nicht zu weit nach vorne. Okay. Okay. Hier rüber. Da auch sie. So. Stück für Stück vorwärts. Aha. Feldposten. Er macht auch Feldposten. Gut, sie geht hier hin. Wird schnell nachgeladen. Das wird schnell bei allen Feldposten gemacht. Das ist ein spezieller Grund, denn gleich werden wir nach vorne stürmen und wollte sie schon mal bereit haben. So weit möglich nach vorne, wie es geht. Bereit zum Angriff! Weil ihm muss sich einen großen Feind stellen und ebenso großer Enttäuschung. Als sich ihre organische Form nicht weiterentwickelte, gab man ihm die Stärke einer Maschine und schuf diesen gnadenlosen, furchtlosen Killer. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Schlimmer als der Tod, also. So, ich nehme ihn und dann wird gefeuert, gefeuert, äh, den da. Feind ausgeschaltet. Ja, okay. 95 Prozent. So, 75, da, da, da. Bzzzz, bam. Doppelte Portion, okay. Sie kommt hier rüber. Ziel in Sicht. Okay. Der andere kommt hier hin. Und jetzt zieh. Feuer frei. Und weg mit ihm. Zzz, bam. X-Ray neutralisiert. Okay. Sie flankieren meine Positionen. Wir funktionieren sich neu. Mhm. Ciao, ciao. Und noch ein totes Alien. Mhm. Daneben, verdammt. Okay, dann bleibt nur noch er übrig und der geht hier runter. Hopp, hopp, hopp. Durchs Feuer und weg mit dir. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Gut, und ich glaube hier sind wir fertig mit denen. Also gehen wir vorwärts. Wir gehen wie immer vorwärts und da vorne. Ein kurioses Unterfangen. Die Suche nach der Gabe in einem höchst widerlichen Wesen. Sie waren kaum mehr als Insekten, als ihr Aufschlieb begann. In ihrem Misserfolg wurden sie zu höchst erfährlichen Jägern. Ohne jegliche Führung und Verständnis gibt man sie nur fähig dazu, sich zu vermehren und zu sterben. Okay, hier rüber so. Gut, er kann hier rüber gehen. Die kann auch nach hier vorne gehen. Gute Feldposten. Oh ja. Hm, auch Feldposten. Jetzt kommt sie und erledigt den letzten. Und taudau. Bam! Lange war unsere Suche. Und jetzt, da der Erfolg zum Greifen neist, sind wir Zeuge, wie unsere Anstrengungen Feuchte tragen. Mhm. Schön zu hören. Ne, nach Lange. Oh yeah. Sie kommt hier vorne hin. Wir wollen ja nichts überstürzen. Ja, sie kann auch nachladen. Nachgeladen! So. Zuerst einmal Stumm-Soldat. Hier rüber. Ein mutiger Versuch. Ein intelligentes Wesen von großer Loyalität. Leicht an unsere Bedürfnisse anpassbar. Genau. Dennoch. Trotz all der Hoffnung, konnten sie die Gabe nicht annehmen. Ein weiteres Beispiel von Verschwendung. Mhm. Okay. Gut, schreibe ich mir Punkte auf. Gut, 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 gut. Hier rüber. Können sie so weit... Okay, dann halt sie eben nur hier hin. Okay. Ich glaube, es hat mich vergiftet. Ja. Verdammt. Ich dachte, die... diese Anzüge sind... immun gegen Gift. Äh, nein. So. Ja. Hier rüber. Hier rüber. Mhm. Nehmen wir die Pistole und weg mit dem. Äh, nein. Ja. Okay. Und hier. Ach, ne. Gut, nachladen. Bin wieder da. So, verdammt. Äh, ne. Feldposten. 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 Mhm, und überall aus. Ruhe. Dein findest du? Ups... Groß. Schafsinn, keine Unabhängigkeit. Sie werden nie mehr sein als primitive Krieger. Sie dienen nur dazu, zu kämpfen und zu sterben, genau wie ihre Vorgänger. Ja, schön zu wissen. Das ist gut. Darüber. Und jetzt sehe ich, die kommt darüber. Okay. Und sie machen hier Fellposten. Vorerst. Gut, gut, gut. Verdammt, aha. Was soll das? Also erstens einmal... Okay, super, die... Gut. Gut, beweg dich. Komm näher, komm näher. Bitte. So, mit dir gehen wir da hin. Nimm die Knarre vor. Die Knarre, sag ich. Und feuerfrei. In der Zone. Verdammt. Okay, dann halt eben so. Mhm, mhm. Okay, mit dir gehe ich da rüber. Ob das eine so schlaue Idee war. Daneben. Justiere Zielvorrichtung. Niederschrank, eh. Bei mir prasselt der Tod nieder. Gott sei Dank daneben. Sie verlagern den Angriff. Gut. Den da mal weg. Erledigt. Mit der gehen wir da hin. Aha, Feuer. 100%. Okay, hier rüber gehen. Und feuerfrei. So viel dazu. Verdammt, sogar ein kritischer. Also, erstens einmal nehmen wir hier. Und dann wird weggeballert, wie es nur geht. Er ist ausgeschaltet. Mhm. Aha. Mhm. So, hier rüber. Und mit dir gehen wir da vorne hin. Mhm. Feldposten. Auch Feldposten. Hier rüber und dann heilen. Heilung. Ja, und weg. Ah. So bist stark klar. Okay. 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 Ein künstlicher Krieger. Erschaffen, um die Unzulänglichkeiten der vielen, Misserfolge auszugleichen. Erschaffen zu einem einzigen Zweck, trägt es letztendlich wenig zu unserem Ziel bei. Nein, das ist zu weit weg. Okay. Darüber, sie kann auch hier rüber gehen. Zum Glück daneben. Und die Frage ist, was macht der Zweite? Oh, Gott sei Dank. Wie oft kann er schießen? Und die Abgenossen des Neulings scheitern und unser Angst wächst, während wir die Würde unserer Wahl hinterfragen. Abschuss. Dann... Ex-Ray neutralisiert. okay sie sieht sonst keinen dann hop 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 du sie kann nicht schießen okay dann gibt es feldposten und verdammt okay wir sind amarsch oder doch nicht aber warum kann er so oft schießen ja die einzige sunny ist auch mit mit dem boden das ist ja das problem verdammt der neuling sich auf beweist dass dieser pfad ein würdiger war und unsere anstrengungen nicht ohne grund dies läutet unsere rache ein und legt den grundstein für unsere zukunft eigentlich nicht denn wir haben schon verloren verdammt ich würde sagen das war's für diese folge in der nächsten fangen wir wieder von vorne an und speichern vorher ungefähr zum beispiel hier oder so das kotzt mich an gut also liebe leute bis zum nächsten mal tschau